Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was-salatu was-salamu ala naminah muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira Alla sub-gibet Allah demhan der Welten und Allah's Seh-un heil bei Mahd-sichkeiten auf Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wir kommen inshallah zu einem neuen Thema Es lautet Auf Aqab-e-Shlas Babun Maja'afil Musawbirin Und es geht darum Was Allah sub-gibet Allah gesagt hat Und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat In Bezug auf die Bildhauer Das heißt Leute die Bilder machen Und das ist inshallah unsere drittletzte Sitzung In Bezug auf Al-Tawheed Dann sind wir inshallah fertig Ich will auch das so einzuteilen Dass ich heute ein Drittel von dem mache Was nur üblich bleibt Zunächst einmal lesen wir Auf dem ersten Hadith Abu Hurayra Radiyallahu anhu sagte Ich stehe auf Aqabisch erstmal Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Er sagte in einem Hadith Er sagte Allah der Erhabene hat gesagt Also haben wir einen Hadith Wer ist ungerechter als jemand Der etwas erschaffen will So wie ich es erschaffen habe So soll er doch wenigstens eine Ameise erschaffen Oder soll er doch wenigstens versuchen Also ein Korn zu erschaffen Oder ein Gerstenkorn Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari Und bei Muslim überliefert Was hat dieses Thema zunächst einmal zu tun Mit Al-Tawheed Ganz einfach Der Zusammenhang ist das Das Erschaffen Al-Khalq Ist eine Eigenschaft Allahs Und wenn jemand versucht etwas zu erschaffen So wie Allah subhanahu ta'ala es erschaffen hat Dann macht er ihm Dann macht er Allah subhanahu ta'ala Diese Eigenschaft streitig Das heißt er will damit sagen Nicht nur Allah kann erschaffen Sondern ich kann auch etwas erschaffen Man versucht Allah nachzuahmen Und das ist eine Art Schirk In Bezug auf Al-Rububiyya Weil bei Al-Rububiyya geht es ja um die Taten Allahs Und die Schöpfung ist eine Tat Allahs Zunächst einmal Allah sagt in diesem Hadith Hadith Qudsi Wer ist ungerechter als jemand Der versucht etwas zu erschaffen Wie ich es erschaffe Jetzt könnte man sich die Frage stellen Es gibt mehrere Ayat In denen Allah subhanahu ta'ala Diesen Ausdruck verwendet Wer ist ungerechter als jemand Der das und das macht Und normalerweise Die Antwort ist eine rhetorische Frage Ich frage Wer ist ungerechter als das Der Antwort wird niemand Das ist der Ungerechteste überhaupt Und wie kann man jetzt Diesen Hadith In Einklang bringen Mit den anderen Ayat Wo Allah subhanahu ta'ala auch sagte Wer ist ungerechter als Wer das und das macht Und dann ist es etwas ganz anderes Zum Beispiel Gibt es eine Ayat In Surat Al-Baqarah 114 Dort heißt es Wer ist ungerechter als jemand Der also sinngemäß Den Leuten verweigert In die Moscheen Allahs zu gehen Und da lautet ja dann auch Die Antwort Niemand Das ist eine rhetorische Frage Und so weiter gibt es noch Als letztes Beispiel Das heißt Wer ist ungerechter Als wer über Allah Eine Lüge ersinnt Und die Antwort Ist Von Mehrerlei Hinsicht Die erste Antwort Die man auch bringen kann Ist ganz einfach Dass Speziell in unserem Beispiel Wer ist ungerechter als jemand Der versucht etwas zu erschaffen Wie Allah Also ja natürlich Weil es ist eine Form von Ashirk Und Ashirk ist die schlimmste Sünde Die man sich vorstellen kann Und anders könnten wir sagen Diese Ausdrücke Wer ist ungerechter als jemand Der das und das macht Bedeutet Das gehört zu den größten Ungerechtigkeiten Wenn wir sagen Ihr wisst Die Sünden sind von dreierlei Art Es gibt Die großen Sünden Es gibt die kleinen Sünden Und es gibt die Sehr großen Sünden Ja Und mit sehr großen Sünden Meine ich jetzt in diesem Fall Die Sünden Die einen aus dem Islam Rauswerfen Okay So Ähm Und jetzt Auch die Ungerechtigkeit Das gleiche Es gibt Kleine Form von Ungerechtigkeit Es gibt Große Form von Ungerechtigkeit Arriba Zins Große Form von Ungerechtigkeit Und es gibt Die größte Form der Ungerechtigkeit Ashirk Wie es im Koran Wortwörtlich auch bezeichnet worden ist Ähm Na In Surat Luqman heißt es Inna shirka la thulmun azim Die Beigesellung Ashirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit Ne Das heißt Ähm Jemand der so etwas macht Bilder macht Oder jemand der Leute davon abhält In die Moscheen Allahs zu gehen Oder jemand der über Allah lügt Das alles gehört zu der größten Form von Ungerechtigkeit Fertig Ne Aber dass zwischen diesen Formen Ungerechtigkeit Unterschiede gibt Ist klar Auch der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Sagte Ala unabbi'ukum Bi akbaril kabair Das heißt soll ich euch nicht verkünden Was die größten der großen Sünden sind Und er erwähnte darunter Ashirk Ja Und auch der Ungehorsamkeit Den Eltern gegenüber Und das ist ja kein Kuffer Die Ungehorsamkeit Den Eltern gegenüber Ist kein Kuffer Aber Es ist eine große Sünde Und nicht nur irgendeine Sondern die größten Der großen Sünden Ja Und auch Wie heißt es Falschzeugnisaussage Ja Etwas zu bezeugen Um dabei Zu lügen Also das ist die Antwort darauf Damit man nicht In Verlegenheit kommt Und fragt Wie könnte man Da Diese Sachen in Einklang bringen Ja Ganz einfach Das ist einer von den Beispielen Liebe Geschwister Öfter wenn man Den Koran liest Und Oder Hadith liest Dann manchmal denkt man Es gibt einen Widerspruch Aber Der Widerspruch Hat bestimmte Gründe Entweder Eine Person Hat nicht genug Wissen Weil sie Sie hat zwar Sie sieht den Widerspruch Sie kann ihn aber nicht lösen Weil sie nicht genug Wissen hat Und nicht die Möglichkeit hat Eben Wissen zu erlangen Der zweite Grund kann sein Eine Person Hat nicht genug Wissen Und tut aber auch nichts dafür Das heißt er fragt auch nicht nach Um diesen Widerspruch Zu lösen Und er denkt es gibt einen Und der dritte Grund Kann sein Eine schlechte Absicht Manche Leute wollen Widersprüche sehen Und die interessiert Nicht die Wahrheit Man interessiert es zum Beispiel Irgendeinen Fehler Aufzuzeigen im Koran Oder irgendeinen Fehler Aufzuzeigen In der authentischen Sunna Allah subhanahu wa ta'ala Sagte Wer ist ungerechter Als jemand Der Etwas erschaffen will So wie ich es erschaffen habe Und dann sagt er So sollen sie doch Eine kleine Ameise Versuchen zu erschaffen Das Wort Dharrah Auf Arabisch Hat mehrere Bedeutungen Und Manche sagen Gemeint ist Wie heißt es Also manchmal Im Koran Da heißt er Das heißt wer Gutes tut Im Gewichte eines Stäubchens Der wird es sehen Und wer Schlechtes tut Im Gewichte Eines Stäubchens Der wird es sehen Und Der Geleiter sagt Hier ist damit Aber nicht das gemeint Sondern hier ist damit Gemeint Die Kleine Ameisen Das heißt Wenn jemand schon nicht Ein Ein Bild machen kann Ein Bildnis machen kann Ein Bild hauen kann Was genau Damit werden wir gleich sehen Aber wenn jemand schon nicht Eine Eine Statue Eines Menschen machen kann Komplett Dann soll er doch Wenigstens Erstmal versuchen Eine Ameise zu erschaffen Davor er versucht Ein Ein Geschöpf Wie einem Menschen Nachzumachen Manche Leute sagen Manche Leute sagen Nur als Nebenbei Manche Leute sagen Hier ist Mit Zerra Atom Gemeint Also sollen sie doch Ein Atom erschaffen Aber das ist Natürlich falsch Weil Dieser Begriff Atom Im Arabischen Für Zerra Wurde erst später Eingeführt Den gab es ja Früher noch gar nicht so Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Spricht die Sahaba In arabischer Sprache an Da kann es nicht sein Dass er von Atomare Kernspaltung Mit ihnen spricht Das kann nicht sein Aber So etwas seltsames Gibt es Manche Leute Wenn sie davon sprechen Und dann sagen sie Guck mal Guck mal Gibt es im Koran Einen Beweis Dass es Atome gibt Und weiß ich was Den Begriff haben wir Dafür verwendet Also Erst einmal Wenn du schon Nicht imstande bist Ein Bild zu machen Von einem Menschen Dann versuch doch Wenigstens erstmal Von einer Ameise Sagt Allah Du kannst es auch So auch nicht Und wenn du das Nicht kannst Dann versuch doch Wenigstens ein Korn Zu erschaffen Und der Der Wechsel Von einer Ameis Zu einem Korn Ist was Der Wechsel zwischen Etwas was Seele hat Und was keine Seele hat Also wenn du schon Nicht eine Du kannst nichts Erschaffen mit Seele Dann versuch mal Wenigstens etwas zu erschaffen Was keine Seele hat Auch das Wirst du nicht hinkriegen Oder eine Gerste Als spezielle Form Von 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 diesem Korn Ähm Jetzt gibt es Leute Die sagen Heutzutage gibt es Gen Manipulierte Samen Körner Körner Ja Und die kann man Tatsächlich Gen manipulieren Und dann kommt Die Frucht Doppelt zu groß Hervor wie vorher Ähm Oder sie ist Zum Beispiel Bakterienresistent Resistent Die bestimmte Oder sie machen sie Und dann machen sie Sogar absichtlich So dass sie Natürlich keine Samen produzieren Keine fruchtbaren Samen Ja Das heißt Die Firmen Die stellen Samen her Von irgendeiner bestimmten Pflanze Und diese Samen Wenn man sie sät Da kommen Pflanzen raus Die sind Äh Äh Ertragreicher Die bringen viel mehr Ertrag Aber Wenn du jetzt von dieser Neuen Pflanze Die jetzt gekommen ist Einen Samen nimmst Und versuchst ihn zu setzen Das geht nicht Die sind dann so Äh Was ist manipuliert Dass die Samen Die dann wiederum kommen Keine Pflanzen mehr erzeugen können Geht nicht Ja Der Sinn natürlich Ist ein wirtschaftlicher Aspekt Unter anderem Äh Man will natürlich nicht Dass Man will dass die Leute Wieder die Samen kaufen Wenn du die Samen schon hast Wirst du sie nicht mehr kaufen Das ist ein Aspekt Aber es gibt auch noch Einen wichtigen Anderen Neben Schönen Nebeneffekt Ähm Wallahu a'lam Ich meine Dann würde sich Die ganzen Samen miteinander Vermischen auf der Welt Und das wäre ein Problem auch Ja Wenn man da Äh Was heißt es Allah weiß Welche Konsequenzen Solche genmanipulierten Sachen haben könnte Und so geht man Der Sache schön sicher Aus dem Weg Aber ich denke Dass der wirtschaftliche Aspekt Schon eine große Große Bedeutung hat Wenn nicht so eine größere Ähm Die Antwort Natürlich Jetzt Das ist keine Schöpfung Das ist überhaupt keine Schöpfung Das hat überhaupt nichts mit Schöpfung zu tun Das hat zu tun mit Manipulierung von Genen Ja Weil Die Schöpfung beinhaltet übrigens nicht nur Äh Die Gene Äh Die haben sie auch nicht selbst erschaffen Sondern die sind da Und sie manipulieren sie Sie lernen praktisch Wie hat Allah das da gemacht Diese Struktur Ja Die Gene sind die Erbinformationen Die stehen also Im Ähm Im Kern In der Im Zellkern Und da Äh Gucken sie nach Wie hat Allah das gemacht Und sie lernen es Und dann manipulieren sie es Nach den Gesetzen Allahs Und danach machen sie nichts anderes Als dass sie es auch wieder in den Boden reinstecken Und warten darauf Dass Allah es erschafft Dass Allah diese Pflanze wieder erstehen lässt Ja Das heißt es hat überhaupt nichts zu tun mit Erschaffen Auch nicht die Sache mit Klonen Wie manche Leute denken Äh Klonen heißt auch nichts anderes Als dass man Äh Äh Wie heißt es Äh Äh Ganz grob von einem Menschen Eine Zelle nimmt Und diese Zelle Äh Wie heißt es Äh Äh Dein 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 Ähm Diploiden Chromosomensatz Das heißt Jeder Mensch hat einen Doppelchromosomensatz Ja 46 Chromosomen hat man Und dann macht man daraus Äh Äh Wieder die Hälfte 23 Und was macht man dann Ja Dann nimmt man eine Äh Eizelle von einer Frau Und Und die hat so nur 23 Und macht die anderen 23 Die man von dir genommen hat dazu Und dann Äh Wie heißt es Äh Soll Wie heißt es Ähm Entschuldigung Man nimmt nicht die Äh Entschuldigung Man nimmt nicht die 23 von der Frau So man nimmt Gleich 46 von dir Packt sie in eine Eizelle von einer Frau Und das war's Ja Und dann entsteht der gleiche Mensch Wie du vorher warst Weil du die gleichen Informationen drin hast In dieser Eizelle Wie der Mensch gehabt hat Ja Und das ist auch keine Schöpfung Sondern das ist eine Das nennt man einfach transportieren Sonst mehr nicht Und danach ist Allah Der hingibt Der dieses Geschöpf Erschafft Hat aber bei Menschen Soviel ich weiß Noch nicht funktioniert Aber hat natürlich schon bei Er sagt man Bei diesem Schaf Da funktioniert Allah Wie die Macht sei Es ist keine Schöpfung Sondern es ist Ähm Nichts anderes als eine Manipulation Eine Schöpfung Würde bedeuten Man gibt dir nichts Und jetzt machst du was Das bedeutet Schöpfung Ja So Ähm Aus diesem Hadith Qudsi Lernen wir Dass Bilder Haram sind Logisch Denn Allah S.W.T. sagte Wer ist ungerechter Als jemand Der so etwas macht Ähm Es gibt Verschiedene Arten Von Bilder Und die Und wichtig ist Die Illa Die Illa Der Grund Warum das verboten ist Ist weil eine Person Die Bilder macht Sie versucht Allahs Schöpfung Nachzumachen Das ist die Illa An der Sache Das heißt Das ist der Grund Warum die Sache Haram ist Ähm Es gibt Äh Verses Mehrere Formen Von Bilder Es gibt Bilder Die dreidimensional sind Man sagt Anders ausdrücken Bilder die Schatten haben Gemeint ist Bilder Die dreidimensional sind Ja Äh Die einen Körper haben Man nennt sich Statuen Eigentlich auf Deutsch Das heißt Statuen Wie zum Beispiel Ein Mensch Oder ein Tier Ein Löwe Oder was auch immer Ähm Soweit uns bekannt ist Sagt der Gelehrte Sind alle Ulama Sich darüber einig Dass solche Bilder Arten Verboten sind Äh Und äh Jetzt stellt sich die Frage Was ist wenn jemand Kommt und sagt Äh Ich haue jetzt ein Bild Also er nimmt sich einen Stein Und einen Meißel Und einen Hammer Und macht daraus Irgendein Ein Eine Figur Eine Figur Ja Jetzt kommt die Jetzt sagt die Person Ja Moment mal Also ich Ich habe überhaupt nicht beabsichtigt Allahs Geschöpf Nachzumachen Ja Also ich wollte eigentlich Nur eine Statue machen Ein Mensch und so Ich wollte aber jetzt nicht Allahs Schöpfung nachahmen Ja Dann lautet die Antwort Darauf ganz einfach Äh Selbstverständlich Wolltest du Schöpfung Allahs Nachahmen Weil hier Liebe Geschwister Die Absicht spielt Keine Rolle Die Absicht spielt Keine Rolle Jeder Mensch Jeder Mensch Der ein Bild macht Macht es so nach Wie es schon ist Du kannst nicht sagen Ich habe nicht diese Absicht gehabt Kann sein im Herzen Was ich Aber deine Tat Ist so Du versuchst Wenn du ein Bild haust Wenn du ein Bild haust Von Von irgendeinem Menschen Den du kennst Dann machst du es Versuchst du es so zu machen Wie der Mensch ist Logischerweise Weil wenn du es nicht so machst Dann wird niemand erkennen Dass du den Menschen Danach abbilden wolltest Ja Das heißt die Absicht Spielt hier überhaupt Gar keine Rolle Das ist das gleiche Wie zum Beispiel Jemand Äh Du weißt es Zieht Kleider an Die eindeutig Dadurch Die eindeutig Kleider sind Die eigentlich Nur die Kofar anziehen Er macht den Kofar nach In dieser Hinsicht Äh Und er sagt dann Ja Moment Das habe ich aber Gar nicht beabsichtigt Ich habe eigentlich Nur die Kleider an Weil sie mir gefallen Kann sein Kann sein Aber trotzdem Die Nachahmung Hat schon stattgefunden Denn das Der Grund Warum es verboten ist Ist die Nachahmung Und deine Absicht Spielt keine Rolle Deine Absicht Macht die Sache Schlimmer oder besser Aber die Absicht Spielt in diesem Fall Dafür Dass es verboten ist Keine Rolle Weil der Sinn ist ja Dass wenn man dich sieht Dann soll man dich Als Muslim erkennen Und wenn man dich sieht Und man erkennt dich Als Kafir Das ist ein Problem Ja Und dann ist das Verbot Gilt das Egal ob deine Absicht Dafür da war Oder deine Absicht Überhaupt nicht da war Das gleiche gilt für die Haare Oder für sonst irgendetwas Die zweite Art Von Bildern Sind Was man Vielleicht nennt Als zweidimensionale Bilder Ja Deswegen habe ich auch Am Anfang Den Hadith gleich übersetzt Soweit ich mich erinnern kann Als Wie weiß ich Jemand der ein Bild macht Aber gemeint ist Die Bildhauer Es geht hier um Bildhauer Das ist eindeutig Eine dreidimensionale Angelegenheit Jetzt geht es um Zweidimensionalen Angelegenheiten Jemand der Aber hier zeichnet Er zeichnet ein Bild Von etwas Wenn er ein Bild zeichnet Von etwas Was eine Seele hat Das ist ein Mensch Oder ein Tier Dann ist es auch Haram Nach der richtigeren Ansicht Von den Ulema Weil der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Einmal Zu Aisha Radiallahu anha Gangen ist In ihr Haus Oder in sein Haus Und dann hat er Eben gesehen Dass sie Ein Polster Gemacht hatte Oder gekauft hatte Sie hatte ein Polster gekauft Damit er sich darauf hinsetzen kann Und dieses Polster Hatte Bilder Darauf gehabt Und die sind also Polster sind auf dem Bild Das ist nicht mehr dreidimensional Das ist zweidimensional Hat keinen Schatten mehr Und dann hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ist darüber Zornig geworden Und Aisha Radiallahu anha Hat das in seinem Gesicht Gesehen Und dann sagte sie Was habe ich für eine Sünde begangen Ich mache Taube zu Allah Und seinem Gesandten Was habe ich für eine Sünde begangen Und sie sagte zu ihm Ich habe es gekauft Damit du dich darauf hinsetzen kannst Ich habe es gekauft Damit du dich darauf hinsetzen kannst Und dann sagte der Gesandte Allah Sallallahu alaihi wa sallam Diejenigen Leute Die solche Bilder Machen Sie werden am jüngsten Tag Bestraft werden Es wird zu ihnen gesagt werden Macht das Was ihr erschaffen habt Lebendig Das heißt Ihnen wird befohlen Dass sie Eine Seele Einhauchen sollen In diese Bilder Die sie gemacht haben Und dazu werden sie Nicht imstande sein Und das ist eine Und Allah Subhanallah Alleine weiß Was er mit diesen Menschen Machen wird Dieser Hadith ist bei Bukhari Und auch bei Imam Muslim Rahimahullah Da in dieser Angelegenheit Gibt es eine zweite Ansicht Und die zweite Ansicht Manche Gelände Erlauben das Sie erlauben Dass man solche Bilder Die eine Seele haben Mit der Hand zeichnet Und sie stützen sich Auf Eine Überlieferung Die ich Liebe Geschwister Euch Wie folgt Zusammenfassen möchte Und zwar Ich lese auf Arabisch Eben erstmal vor Anzeigen Ibn Khalid Anzeigen 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 Dieser Hadith folgendes Ein Mann namens Zayd Das ist eine Überlieferung jetzt, okay? Bei Bukhari und bei Muslim. Darauf schützen sich also diejenigen, die gesagt haben, dass Bilder, wenn man sie zeichnet, halal sind. Zayd überliefert über Abu Talha, dass der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, gesagt hat, wahrlich die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Dann sagte ein Überlieferer, der heißt Busser, aber der heißt Busser, nicht Busser, Wurscht, der heißt Busser. Also der hat dann gesagt, Zayd, der uns diese Überlieferung erzählt hat, also Busser überliefert über Zayd, hört diese Geschichte von Zayd, und Zayd überliefert über Abu Talha, r.a. Busser sagt jetzt, eines Tages war Zayd, der uns diesen Hadith erzählt hat, krank. Dann haben wir ihn zu Hause besucht und fanden, dass auf seinem Vorhang Bilder sind. Dann sagte Busser zu einem anderen Mann, Ubaidullah al-Khawlani, und die beiden waren dabei, als Zayd diese Geschichte erzählt hat. Busser und Ubaidullah waren da, als Zayd diesen Hadith erzählt hat. Und die haben sich gewundert, weil, wie kann es denn sein, dass, wie kann es denn sein, dass Zayd ein Hadith erzählt, über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wo solche Bilder verboten sind, und Naha macht das selbst. Und dann antwortet darauf Ubaidullah, der auch anwesend war, als Zayd diese Geschichte erzählt hat, hast du nicht gehört, wie er gesagt hat, es sei denn, es ist etwas Gemaltes auf Kleidern, hast du nicht mitkriegt, als er gesagt hat, es sei denn, es handelt sich um etwas, das heißt wortwörtlich, Geschriebenes oder Graviertes oder so, etwas Gemaltes auf Kleidern. Und deswegen, wie heißt es, darauf stützen sich diejenigen, die das gesagt haben. Und wie können wir die Hadith in Einklang miteinander bringen? Dazu gibt es mehrere verschiedene Antworten, die es darauf gibt, weil wir müssen uns klar machen, dass der erste Hadith eindeutig ist. Der erste Hadith ist eindeutig, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat solche Bilder auf dem Polster gesehen, das sind gezeichnete Bilder auf zweidimensional, und dann hat er die Sache verboten. Und hat gesagt, dass die Leute bestraft werden, ja um al-Qiyama für so etwas, wenn sie so etwas tun. Und die erste Antwort ist, dass die Aussage von, wie heißt es, in diesem zweiten Hadith, es sei denn, es handelt sich um etwas, auf ein Kleidungsstück gemaltes, ist nicht klar, dass es die Aussage vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam ist. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass es Maukuf ist, und kann auch genauso gut sein, dass es sogar die Ansicht von Seyd ist, dass er diese Sache sagt. Es ist nicht klar, aus dem Hadith geht nicht klar vor, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam diese Sache gesagt hat, wa sallallahu alaihi wa sallam. Die erste Sache, die zweite Antwort darauf ist, dass es sich bei dieser Ausnahme handelt, um Dinge, die man zeichnen darf. Das heißt, als würde er sagen, du darfst allerdings Dinge zeichnen, die keine Seele haben. Das ist die zweite Antwort auf diesen Hadith. Und es gibt noch die dritte Ansicht, dass eben der Sahabi, der das erzählt hat, oder Seyd, wie auch immer, wer diese Antwort gegeben hat, das ist das Wissen, was ihn erreicht hat. Ansonsten der Aisha radallahu alaihi wa sallam hat uns klar den anderen Hadith überliefert, dass die Sache verboten ist. Der dritte Fall ist, dass es sich handelt um Fotografien. Dass es sich handelt um Fotografien. Und das ist eine neue Angelegenheit, wo es dann auch verschiedene Ansichten gibt unter den Ulamen, rahimahmullah wa ta'ala. Die erste Ansicht ist, dass sie gesagt haben, dass mit den Fotografien verhält sich genauso, wie mit den gezeichneten Bildern. Und sie sagen, dass das Foto, das mit einer Kamera gemacht wird, noch viel ähnlicher ist der Schöpfung Allahs. Und deswegen noch viel eher verboten sein muss. Und die zweite Ansicht ist, dass die Sache, dass die Fotografien mit Fotoapparaten halal sind und nicht in das Verbot fallen, das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgesprochen hat. Mit der Begründung, dass erstens der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses gar nicht gemeint haben kann, weil es es damit noch gar nicht gegeben hat. und die zweite Antwort darauf lautet, es stimmt zwar, dass diese Bilder noch viel echter sind, das ist wahr, aber wenn wir uns nochmal daran erinnern, was das eigentliche, der eigentliche Grund, die eigentliche Ursache ist, warum solche Sachen verboten sind, dann werden wir uns daran erinnern, was war es? Es war, die Tatzeichen was versucht, nachzumachen, was Allah erschaffen hat, richtig? Aber du kannst niemals, wenn du, wie heißt es, ein Buch nimmst, wo jemand mit schöner Schrift, du hast irgendeinen Zettel, wo jemand eine schöne Schrift hat und etwas geschrieben hat und du legst es auf den Fotokopierer und dann kommst du mit einer Kopie von dieser schönen Schrift und da könnte niemand sagen, Maschallah, du hast aber echt schön gezeichnet. Nein, er hat kopiert. Er hat niemand kopiert und das war auch keine künstlerische Fähigkeit dahinter, überhaupt gar nichts, es war eine Kopie, sonst gar nichts. Und das gleiche verhält sich mit den Bildern, wenn man die Sache sich verinnerlicht, die Geschwister, jeder von uns weiß, dass eine Kamera ist einfach prinzipiell so aufgebaut, dass man einen Fotofilm hat und dann macht man diese Linse kurz auf, wenn die Linse länger auf ist, dann geht es nicht, die Linse darf nur kurz auf sein, damit eben Licht einfällt auf die Fotoplatte und dann wird sozusagen das Bild auf der Fotoplatte eingraviert und deswegen muss auch, wenn man den Film nachher entwickelt, muss in einem Dunkelraum geschehen, weil wenn anderes Licht einfällt auf die Fotoplatte, dann wird dieses Bild ja wieder verwischt und das ist nichts anderes, das heißt man lässt Licht auf die Fotoplatte fallen und dadurch ist das Bild jetzt auf der Fotoplatte aufgenommen und hier ist auch überhaupt keine künstlerische Fähigkeit dahinter, gar nichts, sondern Licht, was Allah erschaffen hat, lässt du, es prallt von uns ab und geht auf die Fotoplatte und dadurch werden wir darin eingraviert und auch da, wo ist da die künstlerische Fähigkeit? Niemand würde jemals zu einem Fotografen sagen, wow, das hast du aber echt toll, das ist gezeichnet, dieses Bild, sondern man würde zu ihm sagen, das hast du gut fotografiert, meinetwegen, im Sinne von, du hast die Lichteffekte gut berücksichtigt, du hast für einen schönen Hintergrund gesorgt, du hast einen, aber wie gesagt, die Zeichnung dieses Menschen, die er da fotografiert hat, das ist überhaupt nicht im Ermessen des Künstlers. Dann sagen diejenigen, die trotzdem der Ansicht sind, das ist verboten, sie sagen, ihr vergesst dabei dabei die ganzen Leute, die sich zusammengetan haben, um dieses Gerät überhaupt zu erzeugen, dieses Gerät überhaupt herzustellen. Das ist richtig, diese Leute haben, das sind vielleicht hunderte von Leuten, die bei so einer Produktion beteiligt sind, bis eine Fotokamera da erstellt worden ist, aber das hat nichts zu tun damit, dass sie der Schöpfung Allahs nachmachen, überhaupt nichts, denn sie haben, was haben sie denn erarbeitet? Sie haben erarbeitet, dass Licht möglichst effektiv auf eine Fotoplatte geht, sodass man dieses Bild nachher verwenden kann. Okay? Das heißt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich zu tun. Als nächstes sagen diejenigen, die diese Bilder verbieten, sie sagen, wenn ihr Fotobilder erlaubt, was haltet ihr denn von folgender Situation? Ihr seid ja alle der Meinung, dass Statuen haram sind. Statuen, dreidimensionale Statuen von Lebewesen sind haram. Da gibt es also keine, kennen wir keine Meinungsverschiedenheit darüber. Dann sagen sie, stellt euch vor, jemand würde ein Gerät entwickeln, bei dem du auf den Knopf drückst und da kommt daraus eine Statue. Ja? Da kommt daraus eine Statue. Also sie wollen darauf hinaus, dass nur weil es sich um einen Knopfdruck handelt, heißt es nicht, dass es halal ist. Richtig? Ja. Und wenn man sich die Sache verinnerlicht, kommt man zu einem ganz einfachen Urteil in Bezug auf diese Idee, die sie voranbringen. Ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das haben wir früher auch mal gehabt, es gibt ein Spielzeug, ein Spielzeug, da ist eine Glasplatte und da sind ganz viele Nädel drin. Ganz viele Nädel sind drin. Und diese Nädel, die kann man verschieben, also waagerecht verschieben. Okay? Und wenn du die Nädel alle raus machst, also das heißt, du hältst die Platte zum Beispiel so, das ist die Glasplatte und das sind die Nädel. Wegen Gewicht fallen die jetzt alle nach unten, die sind gleichmäßig. Jetzt nimmst du, jetzt, wer heißt das, legst du deine Hand in diese Nädel rein, dann hinterlässt du einen Abdruck. Du hinterlässt einen Abdruck in diesen Nädeln drin. Und du hast einen dreidimensionalen Abdruck von deiner Hand. Kennt ihr das? Oder ein anderes Beispiel. Ich nehme irgendeinen Bruder und gipse ihn ein. Ich nehme Gips und mache seinen ganzen Körper voller Gips. Und wenn er dann irgendwann schreit, weil er nicht mehr atmen kann, sage ich, okay, mache ich dir noch ein Loch in deinen Mund, meinetwegen. Auf jeden Fall, wenn er getrocknet ist, halbiere ich ihn, mache ich ihn so auseinander, dass es eben möglichst gut funktioniert. Und nachher mache ich das Gips zusammen und schon habe ich wieder eine dreidimensionale Figur. Richtig? Drei. Frage, wo hat jemand jetzt etwas versucht zu erschaffen wie Schöpfung Allahs? Nicht. Hat nicht. Ich habe Gips genommen und gedrückt auf die ganzen Konturen seines Körpers, auf seine Augen. Das heißt, ich habe möglichst versucht, dieses Gips abzudrücken, wie es in der Eglichkeit ist. Aber nicht, indem ich durch eine künstlerische Fähigkeit das Bild ausgebaut habe, sondern indem ich einfach etwas genommen habe, was vorhanden ist und habe es wiederum abgebildet, wie es ist. Das heißt, auch hier ist die künstlerische Fähigkeit überhaupt nicht vorhanden. Und diese Sache kennt man auch aus der Zahnmedizin. Vielleicht hören ihr uns Zahnmediziner zu. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, wo es nicht um Lebewesen geht, muss man dazu sagen. Da macht man auch nichts anderes, wenn man lernt am Anfang, wie ein Zahn aussieht. Da nimmt man einen Wachs und schnitzt sich einen Zahn. Schnitzt sich einen Zahn, genau wie er in echt sein soll. Dieser Wachszahn macht man dann in Kunststoff und bettet in Kunststoff ein. Überall Kunststoff und da innen ist dann der Wachszahn. Dann erhitzt man das, das Wachs natürlich schmilzt und geht weg. Innen drin bleibt ein Hohlraum, der so aussieht wie ein Zahn. Darin macht man flüssiges Metall und dann macht man den Kunststoff weg und man hat seinen Zahn. Wo hat jemand was versucht zu erschaffen? Am Anfang. Beim Schnitzen des Zahns. Aber nicht beim Gießen in die Form, die schon vorhanden ist. Und das ist das Beispiel, was ich eben verständlich machen wollte. Wallahu ta'ala a'lam. Also man kann da gerne anderer Meinung sein, aber dieses Argument zu bringen, wenn man ein paar Knopfdrucks dann etwas nachmachen könnte, wie eine richtige Statue, als Argument zu bringen, dafür, dass Fotos verboten sind, weil man ja auch nur auf den Knopf drückt. Das ist also in der Hinsicht schwach. Wallahu ta'ala a'lam. Und natürlich, was liebe Hüster, für Fotos gilt, geht auch für Videokameras. Das ist gleich. Weil die Videokameras sind nichts anderes als Fotos. Der Mensch kann, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube, weniger als 24 Bilder oder vielleicht maximal 24 Bilder pro Sekunde voneinander unterscheiden und danach, wenn es mehr sind, dann nimmt er das als flüssige Bewegung dar. Und deswegen, wer ist es im Fernsehen, das sind auch alles nur Bilder, die du siehst. Nur die kommen so schnell hintereinander, dass du denkst, dass es eine Bewegung ist. Also wenn ich jetzt 30 Bilder pro Sekunde ablaufen lasse, dann wirst du nicht mehr erkennen, dass es Bilder gewesen sind. Aber wenn ich 5 Bilder pro Sekunde mache, 1, 2, 3, 4, 5, dann wirst du die Bilder sehr schön erkennen können mit deinem Auge. Ansonsten kannst du sie nicht merken. Das heißt, ich sehe keinen großen Sinn darin, dass man Kameras erlaubt, Videokameras erlaubt und Fotos verbietet, was manche Gelehrte gemacht haben. Manche Gelehrte sind diese Ansicht. Ullahu A'la. Natürlich, liebe Geschwister, kommt es sehr darauf an, was man mit diesen Sachen macht. Wenn wir gesagt haben, die Sache an sich ist mubah, kommt es auf die Absicht an. Was machst du mit der Sache? Fotografierst du, filmst du etwas, was haram ist, wie zum Beispiel Mord und machst es auch noch ins Fernsehen oder stellst es auch dar und verbreitest dadurch Gewalt. Das ist haram, zweifellos. Aber machst du dadurch etwas, was mubah ist, wie zum Beispiel bildest du Fotos ab von Tieren, die ein Biologe kennen muss, weil er sie im Buch lernen muss, um zu unterscheiden. Es gibt wie Fischer, die Fischer in Deutschland, wenn sie einen Fischerschein machen wollen, dann müssen sie verschiedene Fischarten kennen, damit sie nämlich nicht Fische angeln, die entweder giftig sind oder Fische angeln, die unter Naturschutz stehen oder weiß nicht was. Da ist es auch sehr sinnvoll, diese Fotos zu machen, weil man kann nicht mit dem Lehrling zum Fluss gehen und jeden Fisch einmal angeln, um ihm beizubringen, welche Fische da erlaubt sind und welche nicht zu angeln. Der Grund, warum es erlaubt ist, also jetzt haben wir gesagt, verboten ist es, Statuen herzustellen von Dingen, die eine Seele haben und Bilder zu zeichnen von Dingen, die eine Seele haben. Das haben wir jetzt als Zusammenfassung gesagt. Warum geht es nur um Sachen, die eine Seele haben? Manche Ulema, wie unter ihnen Mujahid ibn Jabr der große Tafsir und Schüler von ibn Abbas, war der Ansicht, dass es auch um Dinge geht, die keine Seele haben, wie zum Beispiel Bäume und Pflanzen. Und die Mehrheit der Ulema sagt, nein, es geht nur um Sachen, die eine Seele haben. Warum? Weil Allah im Hadith Qudsi sagt, macht lebendig, was ihr erschaffen habt. Und das bezieht sich zweifellos auf Dinge, die Hayah haben, die ein Leben haben, das heißt, die eine Seele haben. Und manche argumentieren, sagen, wieso das denn? Am Ende, Allah sagt doch im Hadith, so sollen sie doch einen Korn erschaffen. Das ist eine Herausforderung. Darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ihr wollt einen Menschen nachbilden, versucht doch erstmal eine Ameise zu machen. Wenn ihr das nicht könnt, dann versucht doch etwas zu machen, was nicht mal eine Seele hat. Nicht mal das werdet ihr können. Aber das ist inshallah Al-Bukhari Muslim beliefert einen weiteren Hadith, in dem sie sagte, dass der Gesandte Allah sagte, Diejenigen Menschen, die am jüngsten Tag am strengsten bestraft werden, sind diejenigen, die die Schöpfung Allahs nachahmen wollen. Ich glaube, dieser Hadith ist eindeutig zu sehen, dass es eine der großen Sünden ist. Ebenfalls überliefern sie über Abdullah ibn Abbas, also Bukhari Muslim. Er sagte, Der Gesandte Allah sagte, Jeder Bildhauer ist in der Hölle. Jeder Bildmacher ist in der Hölle. Aber die Erklärung von Bildmacher haben wir gesagt, was davon gemeint ist und was davon nicht gemeint ist. Am jüngsten Tag heißt es, wird für jedes Bild, was er gemacht hat, wird Allah eine Seele erschaffen, durch die er bestraft wird. Das heißt, er hat versucht, irgendeinen Menschen zu machen. Allah erschafft eine Seele zu den Menschen, den er versucht hat zu machen und die Seele wird ihn in der Hölle, in der Ausdruck des Propheten ist, jeder Bildhauer, jeder Bildhersteller ist in der Hölle. Was bedeutet das? Das bedeutet, bei Ahle Sunnah und Jamaah, dass er in der Hölle ist, solange Allah ihn in der Hölle haben will. Ansonsten, wenn er ein Muhahid war, wenn er ein Muslim war, dann bleibt er nur solange darin, wie er eben Allah für richtig hält, dass er bestraft wird. Und dann geht er raus, ins Paradies. Bei Al-Mu'tazir und Al-Khawarij ist hiermit gemeint, dass die Person ewig in der Hölle bleibt, weil sie ihn ja im Jenseits jemanden, großen Sünden begeht, im Jenseits betrachten sie ihn als einen Kafir, der ewig in der Hölle bleibt. Warum? Weil sie ihn nur Teile der Hadithe betrachten. Also sie betrachten diesen Hadith und lassen die anderen Hadithe weg. Und Ahle Sünn Jemaah sie betrachten alle Hadithe insgesamt. Das ist immer das Problem bei den Sekten. Ebenso überliefert wird bei Bukhari und Muslim dass der Prophet sagte Wer in dies Zeit ein Bild macht, so wird von ihm verlangt werden, dass er darin eine Seele einhaucht und er wird dazu nicht im Stande sein. Und Muslim überliefert über Abu Al-Hayyaj er sagte Ali sagte zu mir Soll ich dich nicht hinaussenden aus dem gleichen Grund wegen dem der Gesandte Allah mich auch hinaus gesandt hat? Und zwar der Prophet hat Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt. Nach der Schlacht von Hunayn, nachdem die Beute verteilt worden ist, hat der Prophet Ali ibn Talib in Jemen geschickt und dann kam er zurück zur Abschiedspilger und hat mit dem Prophet die Hajj gemacht. Und der Gesandte Allah schickte Ali ibn Abi Talib natürlich um den Leuten den Islam zu lehren und so aber unter anderem dass er kein Bild lassen soll es sei denn er vernichtet es. Jedes Bild was er sieht soll er vernichten verwischen wie auch immer zerstören und jedes Grab das erhöht ist soll er wieder den Boden gleich machen und wie kann man Bilder verwischen und das kommt auf das Bild an wenn es eine Statue ist reicht es dass man den Kopf abmacht und wenn es ein Bild ist dann reicht es dass man das Bild so verunstaltet dass man es nicht mehr als Bild erkennen kann den man zerreißt oder wie auch immer oder wenn es sich um Wasserfarben handelt die Wasserfarben übermalt und das weg macht je nachdem was eben für ein Bild ist und jedes erhöhte Grab sollte er auch dem Boden gleich machen weil das ist zum Beispiel wie diese Mausoleen die gebaut werden über den Gräbern eine im Islam absolut verbotene Sache auch wenn sie wie ich gehört habe in den meisten muslimischen Ländern solche Sachen gemacht werden und wenn es nur ist Sachen wie Grabsteine drauf tun oder Lampen all die Sachen sind absolut verboten der Gesandte Allah sagte der Gesandte als verfluchte der Gesandte Allah hat diejenigen verflucht die auf die Gräber Moscheen bauen und diejenigen die Lampen auf die Moscheen setzen und all dies gehört zu Jahiliya da kannst du wirklich sehen den Zustand von vielen Muslimen heutzutage noch und wo man wirklich anfangen muss wenn man den Leuten den Islam beibringen wird man fängt beim Tauhid an deswegen befinden wir uns auch hier und das gehört zu den großen Sünden und was ist die Gründe dafür sind ganz einfach weil es zu Schirk führt und geführt hat und immer führt und weil der Prophet es verboten hat damit keiner sagt ich mache das nicht weil ich diesen Grab Grab Bewohner anbeten will es mag quasi auf dich zutreffen aber trifft nicht auf alle Menschen zu wie dem auch sei der Gesandte hat verboten und das eine Sache müssen wir verstehen liebe Geschwister wenn etwas haram ist dann muss es nicht nach deinen Vorstellungen verboten sein also du verstehst zum Beispiel Zinsen nehmen und geben ist haram Allah hat die Zinsen verboten im Koran jetzt muss es nicht nach deiner Vorstellung die Grenzen setzen also die Grenzen die Allah gesetzt hat und der Prophet sind eben die 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 gelerten im Fiqh verdeutlicht haben wenn sie sprechen von Riba Fadl und Riba Nasi und sie sagen was für Arten es gibt von Produkten wo es Zinsen gibt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen bei einem Handel damit Zinsen nicht involviert sind da kommst du nicht und sagst ja aber das macht doch nichts wenn ich das einmal mache die Sache ist einfach so wenn Allah etwas verbietet dann verbietet er es und er setzt die Grenzen und sagt dir was erlaubt ist was verboten ist nicht du weil einer der Hilal oder einer der Hikam warum Allah das verbietet ist damit er sieht wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran Allah hat kein Problem damit den Zins abzuschaffen Allah kann das aber er will sehen wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran an seine Gesetze und er will sehen auch die Grenzen die er setzt wer hält sich daran viele Menschen halten sich nicht daran sondern sie halten sich lieber an ihre angebliche Vernunft sie sagen das ist kein Problem wie soll man denn sonst heutzutage ein Objekt kaufen wenn man nicht Kredit aufnehmen kann und wem schadet das schon die Bank ist einverstanden ich bin auch einverstanden warum ist dann verboten das ist das Problem du setzt dir deine eigenen Grenzen nein Allah hat die Grenzen selbst gesetzt der Grund oder einer der Gründe warum das Schauen auf Fremden Frauen verboten ist das Anfassen von Fremden Frauen verboten ist das Alleinsein mit Fremden Frauen verboten ist zweifellos weil es alles zu Sinna führen kann jetzt kommt einer und sagt ja aber diese Person kenne ich und wir haben niemals etwas schlechtes im Sinn es ist nicht deine Sache warum setzt du dir selbst die Grenzen Allah einer der Gründe warum er die Sachen verboten hat mag das sein und der zweite Grund ist aber immer er will sehen wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran also wie gesagt wenn etwas haram ist dann ist es nicht dein Job die Grenzen dafür festzusetzen sondern dein Job ist das umzusetzen was Allah von dir verlangt hat ja das ist das erste Kapitel für heute Alhamdulillah und jetzt machen wir ein paar Minuten Pause vielleicht gibt es irgendwelche Fragen zu diesem Thema und dann machen wir inshallah Wir kommen zu einem weiteren und letzten Kapitel für heute Es geht darum dass jemand viel schwört Was hat das Thema mit Al-Tawheed zu tun In einer Hinsicht das schwören darf nur bei Allah sein und einer seiner Eigenschaften aber das ist hier weniger gemeint darüber haben wir auch schon gesprochen sondern hier ist gemeint dass man wenn man viel schwört und dann weist es darauf hin dass die Person Allah nicht so sehr verherrlicht weil wenn das schwören bei dir keinen Wert mehr hat und man schwört bei etwas Gewaltigem und man darf nur schwören bei dem Gewaltigsten überhaupt bei Allah und wenn das für dich ein alltägliches Brot ist dann hat das für dich keinen Wert mehr dass du bei Allah schwörst und deswegen gehört es zum vollkommenen Tauhid dass man zu richtigen Zeitpunkt schwört und auf die richtige Weise und aber das schwören an sich kann sein es ist Haram kann sein es ist Makruh kann sein es ist Mubah kann sein es ist eine Sunnah kann sein es ist Fard kann alles sein weil der Prophet hat auch öfter geschworen und gerade wenn gefragt worden ist bist du wirklich Allahs Gesandter von ihm geschickt zu den Menschen und sagt ja ich schwöre bei Allah so ist es es gibt Stellen bei denen man muss Allah sagte das erste Unterkapitel das heißt bewahrt eure Schwüre bewahrt eure Schwüre oder achtet auf eure Schwüre was bedeutet das achtet auf eure Schwüre naja es kann drei Aspekte beinhalten es kann bedeuten schwört nicht zu viel achtet auf eure Schwüre schwört nicht zu viel zweitens achtet auf eure Schwüre das heißt wenn ihr geschworen habt dann brecht euren Schwur nicht du achtest auf deinen Schwur drittens achtet auf eure Schwüre wenn ihr nämlich gebrochen habt sollt ihr eure Sühne Leistung machen kafar all diese drei Bedeutungen können auf diese Eier zutreffen und es gibt einen schönen Grundsatz den kann man sich merken wenn in einer Eier Allah etwas sagt und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen verstehen und die schließen sich gegenseitig nicht aus und wir haben keinen Beweis dass der eine die eine Bedeutung eher gemeint sein soll als die andere dann sind alle Bedeutungen damit gemeint da sind alle Bedeutungen damit gemeint hiermit es gibt verschiedene Arten zu schwören das ist aber ein Thema des Al-Fiqh weniger als Tauhid und deswegen möchte ich nur sporadisch darauf hinweisen es gibt Schwüre bei denen man Sühne Leistung machen muss es gibt Schwüre wenn man sie macht bei denen braucht man keine Sühne Leistung machen zum Beispiel wenn man schwört und aber den Schwur gar nicht meint also im Arabischen ist es so dass die Leute wenn sie sprechen sie sagen sehr oft bei Allah also Wallah aber sie meinen das gar nicht das ist einfach wie eine Art Redewendung geworden und ich weiß nicht das ist auch in anderen Sprachen so das heißt wenn eine Person den Schwur gar nicht gemeint hat dann gilt der Schwur auch nicht und Allah sagt das ausdrücklich im Koran Vers 89 könnt ihr das nachschlagen und auch in Surat Al-Baqarah gibt es das ansonsten der Beweis dafür also wir haben gesagt wie achtet man auf seinen Schwur indem man nicht zu viel schwört indem man wenn man schwört nicht den Schwur bricht indem man wenn man den Schwur gebrochen hat dicker Fahrer macht richtig aber die Sache ist relativ wie ich gesagt habe schwört nicht so viel kommt auf ein wann man schwört manchmal ist es gut manchmal ist es schlecht wenn man geschworen hat soll man seinen Schwur nicht brechen richtig gilt das immer nein es gibt Fälle wo man seinen Schwur brechen soll wo es eine Sunna ist es kann sogar Wajib sein der Prophet sagte das heißt der Gedanke Allah sagte wenn du etwas geschworen hast und dann findest du heraus dass es doch besser wäre was anderes zu tun als das was du geschworen hast dann mach deine Sühnenleistung und mach das was besser ist Beispiel dafür jemand hat geschworen dass er niemals mehr mit der Person XY reden will niemals er sagt ich schwöre ich werde mit der Person nie wieder reden aufgrund von Sünden die er begangen hat in seinen Zorn hat er das gesagt auf jeden Fall irgendwann merkt er es wäre für die Da'wa doch viel besser weil er hat nämlich keinen Gelehrten vorgefragt jetzt nachher fragt der Gelehrte sagt ihm dann das hättest du nicht tun sollen und dann sagt er okay wenn der Gelehrte sagt ich soll doch mit der Person wieder Kontakt aufnehmen dann macht er seine Sühneleistung und dann redet er wieder mit der Person und das ist ein ausdrücklicher Hadith bei Bukhari und bei Muslim ihr seht öfter befinden wir Bukhari und Muslim das sind ganz interessante Bücher da kann man sehr viel daraus lernen und wenn man dann Sühneleistung machen muss dann wäre es nur als Hinweis darauf nicht fasten wenn man denken fasten nein bei Sühneleistung muss man entweder einen Sklaven befreien wenn das nicht möglich ist Entschuldigung man muss entweder einen Sklaven befreien oder man speist 10 armen Menschen oder man kauft ihnen 10 armen Menschen Kleidung eine von den 3 Sachen darfst du machen wie du möchtest such dir aus was du willst und sollte alle diese 3 nicht möglich sein könntest du alle 3 nicht machen dann darfst du 3 Tage fasten und deine Sühneleistung machen wenn du erst fastest dann hast du genau das Gegenteil gemacht von der ayah und dann musst du das einfach noch mal machen das heißt musst du trotzdem die Sühneleistung noch mal machen weil das Fasten gilt dann nicht und diese drei Tage die man fastet ist besser man macht sie hintereinander aufgrund einer Das überzeugt den kunden und das überzeugt der kunde kauft also das heißt dein geschäft floriert dein geschäft allerdings ist dieses schwören zerstörerisch für deinen erwerb was heißt zerstörerisch für deinen erwerb gemeint ist du kannst zwar ein paar euros dadurch einnehmen allerdings Allah subhanahu wa ta'ala wenn er will zerstört er dir dieses Geld durch irgendeine Art wie er will wenn er zum Beispiel deinem Kind eine Krankheit gibt wodurch du dein ganzes Geld daran investierst und hast von diesem gar nichts gehabt oder es anders zerstört durch richtige Gewalt oder kann sein Allah auch nimmt den Segen weg was zweifellos nicht weiter geholt ist also diese Art beinhaltet ebenfalls sagte Salman dass der Gesandte Allah sagte Es gibt drei Arten von Menschen zu denen Allah nicht sprechen wird und er wird sie auch nicht reinigen lautern und sie werden eine schmerzhafte Strafe bekommen der schwarz weiß haarige der sinner begeht der arme der überheblich ist und derjenige der Allah zu seiner Ware gemacht hat immer wenn er kauft schwört er und immer wenn er verkauft schwört er und das ist natürlich der entscheidende Teil aber trotzdem versuchen wir auch den Rest zu verstehen erstens einmal es gibt drei Gruppen von Menschen die Allah nicht ansprechen wird was heißt das das heißt die anderen wird ansprechen richtig ja das heißt also was was wir lernen wollen ist Allah spricht das ist eine Eigenschaft Allah und es gibt unglaublich viele Hadithe in denen Allah das Sprechen zuschreibt ganz einfach nach der Aqida von Ahle Sunnah Jama'ah Allah spricht auf eine Art und Weise die er weiß genau wie wir wissen nicht wie und wir glauben dass es tatsächlich so der Fall ist und dass man ihn hören kann wenn er spricht und so weiter ohne dass wir denken dass Allah so spricht wie ein Mensch drei Gruppen die erste ist diejenige und sie werden schmerzhafte Allah wird sie nicht rein sprechen selig sprechen und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen der schwarz weiß haarige der sinner begeht damit ist gemeint jemand der schon älter geworden ist jemand der älter geworden ist schon anfängt weiße oder graue Haare zu bekommen und sinner begeht warum weil der jugendliche der sinner begeht da gibt es noch einen grund dafür das heißt er hat ein starkes verlangen und wenn er sinner begeht ist der sinner natürlich haram und nicht zu rechtfertigen aber es gibt einen grund warum er das gemacht hat weil er sich selbst vielleicht nicht unter Kontrolle hatte aber jemand der dieses Bedürfnis eigentlich nicht mehr hat und begeht diese Sünde trotzdem das weist darauf hin dass er ein unglaublich schwarzes Herz haben muss weil er hat obwohl er das Verlangen nach dieser Haramsache nicht hat sagt er ich mache es aber trotzdem obwohl es Haram ist verstanden anderes Beispiel jemand der in einer Notlage sagen wir mal nicht Notlage sagen wir eine Person die Zinsen nimmt und sagt also ich brauche ein Haus zum Wohnen und auf Dauer ist das billiger und so er macht das zum Beispiel und eine andere Person die schon ein Haus hat und die jetzt nur ein zweites Haus kauft damit sie weiter Handel treibt und finanziert es wieder durch einen Kredit beides ist Haram zweifellos aber eine Person die nicht einmal das Bedürfnis danach hat der ist reich genug macht trotzdem ein Zinsgeschäft das weist darauf hin dass es ihm völlig egal ist dass Allah es verboten hat also das ist der entscheidende Punkt wenn er ein bisschen Iman im Herzen hat dann kann es sein dass sein Bedürfnis nach dieser Haramsache größer ist als sein Iman das kann sein aber wenn er überhaupt kein Bedürfnis hat was bringt ihn dann dazu dass der Iman ihn nicht kontrolliert wahrscheinlich die Tatsache dass kein Iman vorhanden ist oder sehr wenig Iman vorhanden ist und dass dieser Wunsch danach zu sündigen größer ist als sein Iman in seinem Herz Genauso der Arme der überheblich ist der arme überhebliche weil normalerweise wer ist überheblich jemand der reich ist der ist überheblich anderen Menschen wie man sagt ich habe das bessere Auto als du aber wenn jemand arm ist und auch noch überheblich ist das ist eine Katastrophe das heißt das weist wieder darauf hin dass in seinem Herzen vieles kaputt sein muss und jetzt kommt der entscheidende Teil jemand der Allah zu seine eigenen Ware macht das heißt Allah ist seine Ware gemeint ist immer wenn er kauft verkauft immer er erschwert immer bei Allah er will die Ware nur verkaufen ihm ist wurscht wie er nutzt Allah seinen Namen dazu aus diese Ware zu verkaufen hat diesen Hadith überliefert und der Autor Scheich Mohammed sagte der Sanad ist davon Sahih Wallah Ta'ala A'lam dann gibt es einen weiteren Hadith von Imran Ibn Hussein Rahimah Allah Er sagte der Gesandte Allah sagte die besten meiner Ummah sind die Leute meiner Generation und dann die danach und dann die danach Imran sagte ich weiß nicht hat er drei Generationen danach erwähnt oder zwei und dann sagt er ich lese ja gerade schon den deutschen Teil vor dann sagt er und hiernach werden Leute kommen sie bezeugen obwohl nicht von ihnen verlangt worden ist Zeuge auszusagen und sie betrügen und man vertraut ihnen nichts an und sie versprechen halten es aber nicht und es wird unter ihnen Fettleibigkeit auftreten noch einmal dieser Hadith liebe Geschwister Imran ibn Hussein radiyallahu anhu sagte die besten meiner Ummah sind die Leute meiner Generation gemeint sind die besten Menschen sind die Menschen zur Zeit von Muhammad die Muslime da dann die danach das sind die Tabi'in und dann die danach das sind die Atba'at Tabi'in das heißt die Generation die nach den Tabi'in kamen dann sagte Imran ich weiß nicht hat er das zwei oder dreimal gesagt die bekannte Version ist dass es zweimal gesagt hat das sind dann drei Generationen Sahaba Tabi'in und Atba'at Tabi'in und dann sagt er und das sind die ersten drei Generationen die man sagt As-Salaf 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 Die Rechtschaffenden Salaf Salaf auf Arabisch etwas was vergangen ist Salafa ist etwas was vergangen ist und man meint damit eben die Leute dieser ersten drei Generationen dann sagt er und danach werden Leute kommen sie bezeugen obwohl man nicht von ihnen verlangt hat zu bezeugen und sie betrügen obwohl man und ihnen wird nicht anvertraut was heißt sie bezeugen obwohl man nicht von ihnen verlangt hat zu bezeugen gemeint ist es gibt verschiedene Auslegungen dazu aber eine der klarsten Auslegungen ist sie bezeugen sie gehen zu Gericht und sagen ich habe das und das gesehen und lügen dabei und sie lügen dabei man hat sie nicht einmal gefragt aber sie haben ja dafür sorgen dass jemand sein Recht nicht bekommt und dass irgendjemand ungerecht behandelt wird deswegen gehen sie hin obwohl sie nicht mal gefragt worden sind und machen ihre Zeugenaussage und das gehört zu den Größten der großen Sünden das steht nicht im Widerspruch zur Aussage des Propheten der Gesandte sagte soll ich euch verkünden wer die besten Zeugen sind soll ich euch verkünden wer die besten Zeugen sind dann sagt er das ist derjenige der die Zeugenaussage macht noch bevor man ihn dazu auffordert und das ist nach ausländischen Bedeutung offenkundig direkt der Widerspruch im ersten Hadith sie sagen aus obwohl die nicht von ihr verlangt worden ist die Antwort ist ganz einfach es kommt darauf an wie gesagt erste Antwort war gemeint ist im ersten Hadith sie machen eine Zeugenaussage und lügen dabei und dann steht es schon nicht im Widerspruch mehr mit dem ersten Zeugen Die zweite Auslegung ist manche haben gesagt es kommt auf an in welcher Sache man aussagt wenn jemand siehst dass er Alkohol getrunken hat und dann gehst du zum muslimischen richter und verpetzt ihn sag ich mal das geht dich nichts an das ist nicht dein Job das sollst du nicht machen hilf lieber ihm da mit ihm Dua für ihn aber das ist nicht deine Aufgabe das hier geht um die Rechte Allah anders wenn es um die Rechte der Menschen geht du hast einen Unfall mit gekriegt und du weißt ganz genau wer schuldig ist und du machst die Aussage weil du selbst gesehen hast dadurch sorgst du dafür dass ein Mensch sein Recht bekommt und dass jemand ungerecht behandelt wird das ist eine gute Art Zeugen Aussagen zu machen und dann sie versprechen und halten ihr versprechen nicht und es taucht unter ihnen Fettleibigkeit auf die Fettleibigkeit liebe Geschwister kann natürlich mehrere Ursachen haben uns interessiert nicht die Fettleibigkeit die aufgrund von Elemphantitis auftaucht das heißt nicht aufgrund von irgendwelcher Krankheit sondern uns die Fettleibigkeit im Sinne von dass die Menschen nur noch auf ihr Essen achten und ihr trinken achten sich nur noch um ihr dies zu künnen und dadurch immer fetter werden und nur noch Diäten machen müssen und so weiter und so fort das ist das was im Hadith gemeint ist Fettleibigkeit es geht nur noch mit Dunya was essen wir heute was essen wir morgen und das heißt das wichtigste im Leben ist das Essen und dann als letzten Hadith von Abdullah Ibn Mas'ud der Hadith den ich gerade vorher gesagt er ist bei Bukhari auch und bei Muslim jetzt kommt als letzter Hadith von Ab Ibn Mas'ud der Prophet sagte die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die danach und danach wird es ein Volk geben dann Dann werden Leute kommen die noch bevor sie schwören bezeugen und noch bevor sie bezeugen schwören gemeint ist für sie spielt es keine Rolle das hat alle für sie keinen Wert wenn man von ihnen verlangt zu bezeugen sagen sie ich bezeuge bei Allah und schwöre dazu oder wenn man von ihnen verlangt zu schwören sagen sie ich schwöre bei Allah und bezeuge auch noch dazu das heißt die Sache hat für sie keinen Wert mehr sie sind sich nicht bewusst wie gefährlich es ist etwas zu bezeugen und zu schwören bei Allah und dabei zu lügen ihr wisst dass es so eine schlimme Sünde ist dass einige Ulema sagen dafür gibt es keine Sünde Leistung Warum weil was der Sinn einer Sünde Leistung der Sünde Leistung ist wenn jemand eine Sünde übergangen hat und ich sage ihm mach das und das diese Sünde Leistung dann erwartet er dass nachher seine Sünde weg ist oder nicht wofür hat er das gemacht wenn du bei Hajj gewesen bist und du hast irgendeine Sache gemacht wofür du ein Opfer bringen musst dann bringst du dein Opfer und hast danach kein schlechtes Gewissen mehr wenn man sagt deine Sünde ist immer noch da dann sagst du wofür habe ich das Opfer gemacht okay beim schwören wenn wir den Leuten sagen zum Beispiel wenn jemand schwört sagt ich schwöre bei Allah ich werde nie wieder in das Haus und so gehen und dann geht er in das Haus und dann ist die Sünde weg fertig dann wird nicht eine Person sie schwört sagt ich habe eine Person so und so gesehen dass sie das und das tut und er weiß er lügt dabei dann wird der Person sagen danach holst du zehn armen Menschen und speist sie dann ist das Lügen für ihn kein Problem mehr das ist und das ist eben nicht der Fall deswegen die Sünde Leistung bringt in seinem Fall nichts weil diese Person ihr droht noch viel größere Strafe und eine zweite Auslegung ist sie haben gesagt er bezeugt und schwört weil ihre Zeugnisse sie haben keinen Wert mehr weil man ihnen nicht mehr glaubt deswegen wird schon ihnen verdankt dass sie noch weiter dazu schwören sollen Ibrahim An-Nacha'i sagte in Bezug auf diese Brief Die Leute pflegten uns zu schlagen damit wir die Zeugenaussage machen obwohl wir noch klein waren diese Brief weist darauf hin dass eine Person wenn sie Zeugen zum Gericht kommt und der Richter verlangt von ihr dass sie die Aussage machen soll muss sie die Aussage machen auch gegen ihren Willen und es weist auch darauf hin dass die Zeugenaussage von Kindern oder von Kleinkindern in bestimmten Fällen akzeptiert werden kann und die Gelehrten engen das aber allerdings ein und machen das nicht weil Kleinkinder können beeinflusst werden sie haben die Gärten gesagt grob wenn Kinder unter sich ihnen etwas vorgefallen ist und man die Kinder befragt noch während sie sich in dieser Situation befinden dann gilt die Zeugenaussage von den Kindern weil dann sind sie nicht beeinflusst worden wenn der Recht überzeugt ist dass die Wahrheit sagen weil sie noch in dieser Situation sind wo zum Beispiel ein Kind das andere irgendwie verletzt hat oder im schlimmsten Fall sogar schlimmer als dies und die Kinder sind noch im Schock Zustand und jetzt fragt die Kinder was ist passiert dann kann man davon ausgehen mit großer Wahrscheinlichkeit dass die Wahrheit spricht wenn nicht sogar mit 100% Wahrscheinlichkeit und Allah تعالى أعلم und sallallahu sallam und barak على bina mحمd und ala alih und sahbih und sallam und sallam kathirah